thomas morus utopia übersetzt von hermann kothe erstes buch heinrich der achte der unüberwindliche könig von england ein fürst von seltenem und überlegenem geist hatte vor nicht allzu langer zeit einen zwist von gewisser bedeutung mit dem durchlauchtigen karl dem prinzen von kastilien ich wurde damals mit der mission diese angelegenheiten zu ordnen und möglichst ins reine zu bringen als gesandter nach flandern geschickt man hatte mir den unvergleichlichen cutbert tunstall beigegeben welchem der könig unter dem beifall aller die siegel des erzbistums von canterbury anvertraut hatte ich werde hier nichts zu seinem lob sagen nicht etwa aus furcht daß man meine freundschaft der schmeichelei beschuldigen möchte sondern weil seine kenntnis und seine tüchtigkeit über mein lob erhaben sind sein ruf ist so glänzend daß jemand der seine verdienste rühmen wollte einem sprichwortgemäß mit der laterne gegen die sonne leuchten würde in brügge der für die konferenz bestimmten stadt trafen wir die gesandten des prinzen karl alle sehr ausgezeichnete männer der gouverneur von brügge war der chef und das haupt dieser gesandtschaft während georg von thomasia der prévost von mont cassel den mund und die seele derselben bildete dieser mann der seine beredsamkeit weniger der kunst als der natur verdankt galt als einer der größten rechtsgelehrten in staatsangelegenheiten seine persönlichen fähigkeiten verbunden mit einer langjährigen geschäftspraxis machten ihn zu einem äußerst gewandten diplomaten der kongress hatte bereits zwei sitzungen gehalten konnte sich aber über mehrere punkte nicht einigen die gesandten von spanien nahmen daraufhin abschied von uns um sich nach brüssel zu begeben und dort den willen des prinzen zu erfahren ich meinerseits nutzte diese muße dadurch daß ich nach antwerpen reiste während meines aufenthalts in der stadt empfing ich häufig gesellschaft keine von allen bekanntschaften aber war mir angenehmer als diejenige peter gies eines sehr biederen antwerpenes dieser junge mann der unter seinen mitbürgern eine ehrenvolle stellung genießt verdient seiner kenntnisse und seiner moralität halber eine der erhabensten denn seine bildung steht der vortrefflichkeit seines charakters in nichts nach seine seele ist allen offen für seine freunde aber bewahrt er so viel wohlwollen liebe treue und hingebung daß man ihn ohne sich an der wahrheit zu versündigen das vollkommenste muster der freundschaft nennen könnte bescheiden und ohne falsch einfach und klug weiß er mit geist zu reden und seine scherze werden nie beleidigend genug die vertraulichkeit die sich bald zwischen uns entspannen hatte etwas so angenehmes und bezauberndes dass sie in mir den schmerz der erinnerung an mein vaterland mein haus meine gattin und meine kinder milderte und die besorgnisse welche meine abwesenheit von mehr als vier monaten erwecken musste sogar zu beschwichtigen vermochte eines tages besuchte ich die notre dame diese kirche wird nicht allein von den einwohnern sehr verehrt sondern bildet auch eines unserer schönsten meisterwerke der architektur nach beendetem gottesdienst wollte ich soeben in mein hotel zurückkehren als ich plötzlich vor peter gies stand der mit einem schon ältlichen fremden plauderte der sonnengebräunte tan des unbekannten sein langer bart sein rock der nachlässig bis zur hälfte zurückfiel seine mine und seine haltung ließen mich in ihm einen schiffspatron vermuten kaum hatte peter mich bemerkt als er mir entgegen kam mich grüßte und seinen begleiter der eben eine erwiderung auf den lippen hatte ein wenig entfernte diesen herrn hier sagte er stand ich soeben im begriff zu ihnen zu führen schon um ihretwillen mein freund würde er mir herzlich willkommen gewesen sein und gewiss auch wenn sie ihn kennten um seiner selbst willen von niemandem würden sie über menschen und unbekannte länder so genaue und interessante details erfahren können als eben von ihm und ich weiß ja dass dergleichen neuigkeiten für sie einen ungemeinen reiz haben ich habe also nicht sehr fehlgeschlossen ich hielt ihn sogleich für einen schiffspatron sie irren sehr sagte peter er ist freilich zur see gewesen aber nicht als palinur er spielte vielmehr die rolle eines ulysses oder sogar eines pluto hören sie seine geschichte raphael hytlodee der erste dieser namen ist derjenige seiner familie versteht sehr gut das lateinische und hat das griechische ganz in seiner gewalt das studium der philosophie der sich ausschließlich gewidmet hat veranlasste ihn sich die sprache von athen vorzugsweise vor derjenigen roms zu eigen zu machen daher wird er ihnen über die geringfügigsten gegenstände nur stellen aus dem cicero oder seneca zitieren sein vaterland ist portugal noch sehr jung trat er sein elterliches erbteil seinen brüdern ab und da er der lust die welt zu durchmessen nicht widerstehen konnte schloss er sich der person und dem glücksstern des americo vesbucci an während der drei letzten von den vier reisen deren beschreibung man gegenwärtig überall lesen kann hat er diesen großen seefahrer keinen augenblick verlassen aber er kehrte nicht mit ihm nach europa zurück seinen dringenden bitten nachgebend erlaubte americo ihm eine von jenen 24 zu sein die im inneren neukastiliens zurückblieben seinem wunsch gemäß wurde er also an diesem gestade gelassen denn den tod in fremdem lande fürchtet unser held nicht er macht sich wenig aus der ehre in einem gehörigen sage zu verwesen und oft genug hört man von ihm den sinnesspruch dem leichnam ohne begräbnis dient der himmel statt des leichentuchs den weg zu gott findet man überall dieser abenteuerliche charakter wäre ihm vielleicht verderblich geworden hätte die vorhersehung ihn nicht beschützt wie dem auch sei nach der abfahrt des vesbucci durchwanderte er mit fünf kastilianern eine menge länder gelangte wie durch ein wunder per schiff nach taprobana und von dort nach kalkutta wo er portugiesische schiffe fand deren eines ihn gegen alles erwarten in sein vaterland zurückbrachte als peter mit seiner erzählung zu ende war dankte ich ihm für seine gefälligkeit und seinen verbindlichen eifer mich mit einem so unterhaltsamen und außergewöhnlichen menschen bekannt zu machen darauf näherte ich mich rafael und führte ihn nach dem bei der ersten anknüpfung einer bekanntschaft üblichen komplimenten mit peter gie zu meiner wohnung dort setzten wir uns in den garten auf einer rasenbank und die konversation begann zuerst erzählte mir rafael wie er und seine gefährten nach der abfahrt des vesbucci durch ihre freundlichkeit und mancherlei gute dienste sich die freundschaft der eingeborenen gewonnen und wie sie mit diesen friedlich und dem besten einverständnis gelebt hätten er erzählte sogar von einem fürsten dessen land und name mir jedoch entfallen sind der sie auf das bereitwilligste in seine protektion genommen hätte dieser freigiebige lieferte ihnen barken fahrzeuge und alles übrige was sie zur fortsetzung ihrer reise benötigten ein treuer führer bekam den auftrag sie zu begleiten und mit den ausgezeichneten empfehlungen anderen fürsten vorzustellen nach einem viele tage dauernden marsch fanden sie ortschaften wohlverwaltete städte zahlreiche völkerschaften mächtige staaten unter dem äquator fügte rafael hinzu und innerhalb der beiderseitigen wendekreise sahen sie unermessliche einöden die ein feuerhimmel unaufhörlich versenkte alles füllte sich hier mit schrecken und entsetzen das unbebaute land hatte keine anderen bewohner als wilde raubtiere hässliches gewürm oder menschen die noch schrecklicher waren als jene tiere je weiter man sich vom äquator entfernte einen umso sanfteren charakter nahm die natur allmählich an die hitze war weniger brennend die erde schmückte sich mit einem lachenden grün die tiere waren nicht mehr so wild doch weiterhin traf man auf völkerschaften städte und flecken wo ein lebhafter land und seehandel getrieben wurde nicht allein in das innere und mit den grenzländern sondern auch mit sehr entfernten nationen diese entdeckungen entflammten den eifer raphaels und seiner gefährten was aber mehr als dies alles ihre reiselust vergrößerte bei der umstand dass sie ohne schwierigkeiten zutritt zu dem ersten segelfertigen schiff erhielten mochte die bestimmung desselben auch sein welche sie wollte die ersten fahrzeuge die sie bemerkten waren flach die segel derselben aus weiden oder schilfblättern geflochten und einige aus fällen hergestellt später sahen sie schiffe mit spitzen schnäbeln und segeln von hanf diejenigen aber die sie zuletzt fanden waren mit allem den unsrigen ähnlich und wurden von geschickten matrosen geführt die den himmel und das meer kannten obgleich sie vom kompass noch keine idee hatten diese guten leute waren von bewunderung und dem lebhaftesten dank hingerissen als unsere kastilianer ihnen eine magnetennadel zeigten bis dahin hatten sie sich nur mit besorgnis hinaus aufs meer gewagt heute trotzen sie dem kompass in der hand den stürmen und dem winter mit mehr vertrauen als sicherheit denn wenn sie nicht behutsamer zu werke gehen kann diese schöne erfindung die ihnen die größten vorteile sichern zu müssen schienen durch ihre unvorsichtigkeit ihnen leicht eine quelle von unglücksfällen werden es würde viel zu lang dauern wollte ich hier alles berichten was raphael auf seinen reisen gesehen hat außerdem ist dies nicht der zweck dieses werkes vielleicht werde ich seine erzählungen in einem besonderen buche ergänzen wo ich vorzüglich auf die sitten gebräuche und zweckmäßigen einrichtungen derjenigen zivilisierten völkernäher eingehen werde die er besucht hat wir drängten ihn in betreff dieses gewichtigen stoffes mit tausenden fragen und er fand vergnügen daran unserer wissbegierde zu genügen nach jenen fabelhaften ungeheuern die das verdienst der neuheit bereits verloren haben fragten wir ihn nicht zyllen selenen menschenfresser und ähnliche misswunder und missgeburten findet man überall ein wenig seltener ist eine vernünftig und durchgreifend zweckmäßig organisierte gesellschaft um aufrichtig zu sein so bemerkte raphael unter diesen neuen völkern mitunter einrichtungen die nicht viel besser als die unsrigen waren auf der anderen seite fand er auch eine nicht geringe anzahl von gesetzen die leicht von der art sein könnten die städte nationen und staaten des alten europa zu erleuchten und zu regenerieren all diese dinge ich wiederhole es werden mir den stoff für ein anderes werk abgeben in dem gegenwärtigen werde ich nur das berichten was raphael uns von den sitten und einrichtungen des utopischen volkes erzählte vorher jedoch erlaube ich mir den leser von der art und weise zu unterrichten in welcher die konversation auf diesem terrain gepflogen wurde raphael ließ in seine erzählungen gewichtige reflexionen einfließen während er jede regierungsform prüfte analysierte er mit bewundernswertem scharfsinn das zweckmäßige und übereinstimmende in der einen und das schlechte und falsche in der anderen hörte man diesen kompetenten so die einrichtungen und sitten der verschiedenen völker gegeneinander abwägen so hätte man vermuten sollen er habe sein ganzes leben lang in ländern verweilt die er gleichwohl nur berührt hatte peter konnte seine bewunderung nicht zurückhalten in der tat sagte er es befremdet mich ungemein lieber raphael dass sie nicht bei irgendeinem fürstendienst suchten sie würden einen solchen ich bin davon überzeugt ebenso willkommen als nützlich sein seine mußestunden würden sie durch ihre universalen kenntnisse als geograf und anthropologe sehr angenehm ausfüllen und eine menge von bewährenden beispielen die sie ihm zitieren könnten würden ihm eine solide belehrung und unschätzbare ratschläge sichern zugleich könnten sie dadurch sich und den ihrigen die glänzendsten aussichten eröffnen um das schicksal der meinigen erwiderte hytlo d beunruhige ich mich wenig ich glaube ihnen gegenüber meinen pflichten leidlich genügt zu haben andere pflegen sich erst dann wenn sie bereits mit einem fuß im grab und mit dem anderen nachzufolgen im begriff stehen ihre güter zu entäußern und selbst dann noch lassen sie nur äußerst ungern fahren was die ohnmächtige hand nicht mehr festzuhalten vermag ich dagegen habe in der blüte und vollen kraft der jugend alles meinen verwandten und freunden geschenkt sie werden sich denke ich über meinen egoismus nicht beklagen sie werden nicht verlangen dass ich um ihre taschen mit gold zu füllen mich einem könig zum sklaven anbieten solle verstehen wir uns recht sagte peter meine meinung ist nicht dass sie einem fürsten als knecht sondern dass sie ihm als minister dienen sollen die fürsten mein freund kennen zwischen beiden wenig oder gar keinen unterschied die lateinischen worte servire und inservire unterscheiden sich bloß nach der silbenzahl nennen sie die sache wie es ihnen gefällt erwiderte peter ich wenigstens sehe darin das beste mittel sowohl dem staat und den individuen nützlich zu sein als auch sich selbst eine glückliche stellung zu sichern eine glückliche sagen sie und wie könnte das was meinen gefühlen meiner denkweise meinem charakter widerstrebt zu meinem glück beitragen so wie ich jetzt lebe bin ich frei ich mache was ich will und ich zweifle dass viele von denen die sich in purpur kleiden von sich dasselbe sagen können die ehrgeizigen die nach der gunst des thrones streben gibt es in hülle und fülle die könige werden mich und zwei oder drei andere die mir mit gleicher meinung sind unter jenen höflingen nicht sehr vermissen ich nahm jetzt das wort augenscheinlich rafael jagen sie weder dem glück noch dem großen einfluss nach und was mich betrifft so hege ich deshalb nicht weniger bewunderung und achtung für sie als wenn sie an der spitze eines reiches ständen dennoch scheint es mir eines so edlen und denkenden geistes wie des ihrigen vollkommen würdig all seine talente der leistung öffentlicher angelegenheiten zuzuwenden selbst wenn sie deshalb ihr persönliches wohlbefinden außer acht lassen müssten das beste mittel dazu ist aber unstreitig in den rat irgendeines fürsten zu treten denn ich bin überzeugt daß sie den mund nie öffnen werden außer zum nutzen von ehre und wahrheit sie wissen es der fürst ist die quelle aus welcher das gute und das böse sich wie ein strom unter das volk ergießt und sie besitzen so viele kenntnisse und talente dass sie wenn ihnen die geschäftsroutine abgehen sollte selbst dann noch einen vortreffenden minister unter dem unwissendsten könig abgeben würden sie verfallen in einen zweifachen irrtum mein treuer morus erwiderte raphael sie täuschen sich sowohl in beziehung auf den sachbestand als auch auf die person ich besitze bei weitem nicht die fähigkeit die sie mir zuschreiben doch gesetzt auch ich besäße sie in hundertfachem maße so würde dennoch die aufopferung meiner ruhe der öffentlichkeit von keinem nutzen sein den fürsten liegt zuvörderst nur der krieg am herzen und gerade die taktik ist eine wissenschaft die ich nicht kenne und auch niemals kennenlernen mag die segensreichen künste des friedens vernachlässigen sie handelt es sich um die erweiterung ihrer grenzen so ist ihnen jedes mittel recht weder geweihtes noch weltliches weder verbrechen noch blut machen ihre entschlüsse wankend viel weniger machen sie sich daraus die ihrer herrschaft unterworfenen staaten auch wohl zu regieren was nun die räte der könige betrifft so möchte ihr charakter der folgende sein die einen schweigen und zwar mit grund es täte not dass sie sich selbst beraten würden andere sind fähig und wissen es diese aber sind beständig der meinung desjenigen der am meisten im gunst steht mit entzückten applaudieren sie selbst den schalsten aussprüchen die er vorzubringen beliebt diese verächtlichen schmarotzer kennen nur ein einziges ziel dasjenige durch niedrige und verbrecherische schmeichlerei die protektion des ersten günstlings zu gewinnen die übrigen sind sklaven ihrer eigenliebe sie hören nur auf ihre eigene meinung dies kann nicht befremden die natur befiehlt jedem die kinder seines geistes für schön zu halten so liebkos der rabe seine brut und der affe seinen jungen was geschieht nun im inneren dieser ministerien in welchen neid eitelkeit und eigennutz vorherrschen sucht jemand eine vernünftige meinung auf die geschichte oder die gebräuche anderer länder zu stützen alle übrigen würden sich darüber empören ihre eigenliebe würde sich beleidigt finden wie wenn man ihnen alle weisheit absprechen und sie für blödsinnig erklären wollte sie grübeln so lange nach bis sie irgendeinen gegengrund aufgefunden haben und führt ihr gedächtnis oder ihre logik sie auf einen irrweg so flüchten sie sich hinter den gemeinspruch unsere väter dachten und handelten so wollte gott wir ständen unseren weisenvätern nicht nach und dann setzten sie sich und brüsten sich als hätten sie einen orakelspruch verkündet nach ihnen sollte man fürchten der untergang der gesellschaft könnte nicht ausbleiben wenn sich jemand fände der klüger wäre als seine voreltern gleichwohl lassen uns die guten einrichtungen die wir von ihnen ererbt ziemlich kalt und sobald eine zweckmäßige neuerung aufkommen will klammern wir uns um dem fortschritt in den weg zu treten an das alte fast überall habe ich dergleichen eigensinnige abgeschmackte und hochmütige staatsbeamte gefunden so traf ich einmal in england ich bitte um verzeihung unterbrach ich rafael sie waren also auch in england einige monate ja es war kurz nach dem bürgerkrieg zwischen westengland und dem könig einem krieg der mit einer schrecklichen niedermetzlung der insurgenten endete während dieser zeit er zeigte mir der sehr ehrenwürdige gene morten kardinal erzbischof von canterbury und kanzler von england große verbindlichkeiten er war ich rede hier bloß zu ihnen mein lieber peter denn morus hat dergleichen belehrung nicht nötig er war ein mann den man wegen seines charakters und seiner tugend noch mehr schätzen musste als wegen seiner hohen würden sein mittlerer wuchs beugte sich nicht unter der wucht des alters ohne streng zu sein gebot seine mine achtung anderen gegenüber zeigte er sich zu gleicher zeit ungezwungen ernst und bedachtsam er liebte es die bittstelle mitunter durch strenge worte zu prüfen die jedoch nie kränkend wurden er war vielmehr entzückt bei ihnen auf geistesgegenwart und lebhafte äußerungen zu treffen sobald die letzteren nur nicht in impertinenz ausarteten durch dieses verfahren suchte er über das größere oder geringere verdienst zu urteilen und es nach seiner besonderheit zu würdigen seine sprache war rein und energisch seine rechtskenntnis tief sein urteil treffend sein gedächtnis bewunderungswürdig diese glänzenden naturgaben hatte er noch durch übung und studium entwickelt seine meinung galt beim könig viel der letztere betrachtete ihn als eine der festesten stützen des staates sehr jung von der akademie an den hof gekommen sein ganzes leben hindurch inmitten der gewichtigsten ereignisse und unaufhörlich vom stürmischen meere des schicksals umhergeschaukelt hatte er sich unter beständig neu erstehenden schwierigkeiten einen außergewöhnlichen scharfblick und eine tiefe kenntnis von dem bestehenden angeeignet die sich sozusagen mit ihm selbst identifiziert hatte eines tages war ich bei diesem prälaten zu tisch der zufall ließ mich dort auf einen laien treffen der jedoch in dem ruf eines großen rechtskundigen stand dieser mensch überhäufte ich weiß nicht zu welchem zweck die strenge justiz gegen die diebe mit lobpreisungen mit großem wohlbehagen erzählte er wie man hier und dort zu zwanzigen an ein und demselben galgen aufknüpfte und dennoch fügte er hinzu welcher übelstand von all diesen spitzbuben entgehen kaum zwei oder drei dem strick und england liefert deren von allen seiten neue mit jener ungezwungenheit der rede die ich dem kardinal gegenüber an den tag zu legen pflegte sagte ich darauf darin liegt nichts worüber sie sich wundern dürften in dieser beziehung ist der tod eine ebenso ungerechte als unnütze strafe um den diebstahl zu bestrafen ist sie zu grausam und um ihn zu verhindern ist sie zu schwach der einfache diebstahl verdient den geigen nicht und die schrecklichste buße wird denjenigen nicht vorm stehlen zurückschrecken lassen dem nur dieses eine mittel übrig bleibt um nicht hungers zu sterben hierin gleicht die justiz englands und mancher anderer länder einem schlechten lehrer der seine schüler lieber schlägt als unterrichtet man unterzieht die diebe den schrecklichsten martern wäre es nicht besser allen gliedern der gesellschaft die existenz zu sichern damit niemand sich in die notwendigkeit versetzt sähe zuerst zu stehlen und dann vom leben zum tode gebracht zu werden dafür ist von der gesellschaft gesorgt erwiderte mein rechtskundiger die industrie der ackerbau bietet dem volk eine menge von existenzmitteln aber es gibt geschöpfe die das verbrechen der arbeit vorziehen jetzt sind sie wo ich sie haben wollte erwiderte ich von denjenigen die mit wunden bedeckt aus inneren oder auswärtigen kriegen heimkehren will ich gar nicht einmal reden obwohl ich dazu allen grund hätte denn wie viele soldaten verloren nicht in der schlacht von cornwallis oder in dem feldzug gegen frankreich ein oder mehrere glieder im dienst des königs und des vaterlandes diese unglücklichen waren zu schwach geworden um ihr altes handwerk wieder aufzunehmen und zu alt um noch ein neues zu erlernen aber lassen wir das wir leben nicht immer in kriegszeiten richten wir den blick auf das was täglich um uns her vorfällt die vornehmste ursache des öffentlichen elends besteht in der übermäßigen anzahl von edlen die sich gleichmüßigen hornissen von ihres nächsten schweiß und arbeit nähern und die ihre ländereien bebauen lassen indem sie um ihre revenuen zu vermehren ihre pächter bis aufs blut aussaugen eine andere ökonomie kennen sie nicht aber handelt es sich darum sich ein vergnügen zu verschaffen so sind sie verschwenderisch bis zum wahnsinn selbst wenn sie dadurch an den bettelstab geraten sollten nicht minder beklagenswert ist es daß sich ganze scharen von müßigen dienern die nichts gelernt haben wodurch sie ihre existenz sichern könnten in ihrem gefolge befinden wenn diese diener erkranken oder ihren herrn durch den tod verlieren gibt man ihnen den abschied denn man will lieber müßiggänger als kranke ernähren und häufig ist auch der erbe des verstorbenen nicht fähig die ihm überkommene dienerschaft fortzusetzen nun sind diese leute wenn sie nicht das herz haben zu stehlen dem hungertod ausgesetzt in der tat was bleibt ihnen übrig während sie ein neues unterkommen suchen reiben sie ihre gesundheit und ihre kleider auf und wenn die krankheit sie gebleicht und die zeit sie in lumpen gehüllt hat erschrickt man vor dem gedanken sie in dienst zu nehmen selbst die bauern fühlen sich dazu nicht verpflichtet von einem menschen der sich von jugend auf im müßiggang und in vergnügungen bewegt hat der nur säbel und schild zu tragen mit stolzem auge auf die nachbarschaft herabzusehen und alle welt zu verachten gewohnt ist von einem solchen menschen wissen sie recht gut daß es sich wenig dazu eignet den spaten und den karst zu handhaben und im dienst eines armen landmanns für geringen lohn und karge nahrung getreulich zu arbeiten gerade diese menschenklasse ist es ließ sich mein gegner hierauf vernehmen die der staat mit der größten sorgfalt unterhalten und vervielfältigen muss bei ihnen findet man mehr mut und geistige tüchtigkeit als bei einem handwerker und ackersmann sie sind größer und stärker und gehen sie zum heere ab so darf man wenn eine schlacht geliefert werden soll gerade von ihnen am meisten erwarten mit anderen worten erwiderte ich um den waffen ruhm und erfolg zu sichern muss man die diebe vervielfältigen denn für die letzteren bilden jene müßiggänge eine unerschöpfliche schule und bei licht betrachtet sind spitzbuben nicht die schlechtesten soldaten und soldaten sind nicht die furchtsamsten spitzbuben es gibt viel analoges zwischen diesen beiden metiers unglücklicherweise leidet nicht england allein an dieser gesellschaftlichen wunde sie haftet an fast allen nationen eine noch weit gefährlichere pest nagt an dem inneren leben frankreichs jeder fußbreit landes ist dort mit truppen wie besät die vom staat in regimenter verteilt und besoldet werden und dies geschieht in friedenszeiten wenn man jene pausen in denen der krieg kaum mehr als atem schöpft so nennen darf dieses traurige system rechtfertigt man mit dem nämlichen grund nach welchen es ihnen notwendig scheint myriaden untätiger diener zu unterhalten gewisse furchtsame und finstere politiker sind der ansicht gewesen die sicherheit des staates erfordere eine zahlreiche starke beständig unter den waffen stehende und aus veteranen zusammengesetzte armee neulingen wagen sie sich nicht anzuvertrauen man sollte meinen dass sie den krieg nur deshalb erregten um dem soldaten das exerzitium beizubringen und wie salust sagt um durch diese große menschenschlachterei zu verhindern dass sein herz und seine hand einschlafen frankreich lernt auf eigene kosten die gefahr kennen diese art fleischfressender tiere zu ernähren ebenso lehrreich dürfte ein blick auf die römer die karthager und eine menge anderer völker des altertums sein was ist ihnen aus diesen ungeheuren und immer schlagfertigen armeen erwachsen die verwüstung ihrer länder die zerstörung ihrer städte der untergang ihres reiches ja wenn es den franzosen noch genutzt hätte ihre soldaten gleichsam schon als säuglinge einzuexerzieren aber frankreichs veteranen haben mit den neu geworbenen englands zu tun gehabt und ich weiß nicht ob sie sich rühmen können häufig die oberhand behalten zu haben ich will über dieses kapitel schweigen ich könnte den anschein haben als suchte ich denjenigen die mir zuhören zu schmeicheln kommen wir auf ihre kriegstüchtigen bedienten zurück sie haben sagen sie mehr mut und sinn für großes als handwerker und bauern ich für meinen teil glaube nicht dass ein bedienter vielen große furcht machen würde diejenigen ausgenommen deren körperschwäche lähmend auf ihre seelenstärke eingewirkt hat und deren energie durch das elend vernichtet ist die bedienten sagen sie ferner seien größer und stärker aber es ist schade zu sehen wie starke und schöne menschen denn die vornehmen wählen die opfer ihrer verderbten sitten aus sich in untätigkeit verzehren und durch weibische beschäftigungen verweichlichen während man sie dadurch daß man ihnen ein ehrsames handwerk zuwiese und sie von ihrer hände arbeit zu leben gewöhnte fleißig und nützlich machen könnte von welcher seite ich die frage betrachten mag diese unzählige masse von müßigen menschen scheint mir für das land selbst für den fall eines krieges der sich übrigens immer vermeiden lässt ohne nutzen dem frieden gereicht sie außerdem zu einer wahren plage und der friede verdient wohl dass man sich mit ihm ebenso angelegentlich beschäftigt wie mit dem krieg aber der herrn und der bedienten stand sind nicht die einzigen ursachen der diebereien von welchen sie heimgesucht werden es gibt eine andere die ausschließlich ihrer insel eigentümlich ist und worin besteht diese fragte der kardinal in den unzähligen schafherden die heutzutage ganz england bedecken diese überall anderswo so sanften und genügsamen tiere sind bei ihnen so gefräßig und grausam dass sie sich selbst an den menschen vergreifen und sie von den feldern aus den häusern und dörfern verjagen in der tat an allen orten des königreichs wo man die feinste und kostbarste wolle einsammelt sieht man die vornehmen die reichen und sogar sehr ehrwürdigen apps herbeieilen um sich das terrain streitig zu machen ihre renten ihre privilegien die revenuen ihrer ländereien genügen diesen armen leuten nicht sie sind nicht zufrieden damit in untätigkeit und vergnügungen zu leben der öffentlichkeit eine last und für den staat ohne nutzen zu sein in umkreisen von vielen meilen entfremden sie den boden der kultur sie verwandeln ihn in weiden sie reißen häuser und dörfer nieder und verschonen nur die kirchen um stallungen für ihre hammel zu erhalten die bewohntesten und am besten kultivierten ställen schaffen sie in einöden um ohne zweifel fürchten sie daß es zu viele gärten und holzungen geben und daß es den wilden tieren an boden fehlen könnte so umzieht ein habsüchtiger nimmersatt mehrere tausend morgenlandes mit einer einzigen ringmauer rechtschaffende landleute werden aus ihren häusern verjagt die einen durch betrug die anderen durch gewalt die glücklichsten durch eine kettenreihe von bedrückungen und plagereien wodurch sie dazu gezwungen werden ihre besitztümer zu verkaufen und dann wandern diese familien die weniger reich als zahlreich sind denn der ackerbau verlangt viele hände über die felder davon männer und frauen witwen und waisen väter und mütter mit kleinen kindern weinend fliehen die unglücklichen das dach unter welchem sie geboren wurden den boden der sie ernährte und wissen nicht wo sie eine zukunftsstätte suchen sollen um einen niedrigen preis veräußern sie dann dasjenige was sie von ihrem bescheidenen besitz haben mitnehmen können gegenstände die schon an und für sich nur einen geringen wert haben ist diese schwache quelle erschöpft was bleibt ihnen übrig der diebstahl und später ein regelgerechtes gehängt werden vielleicht ziehen sie es vor ihr elend als bettler vorzuschleppen aber dann zögert man nicht sie als vagabunden und menschen ohne heimat ins gefängnis zu werfen und worin besteht gleichwohl ihr verbrechen es besteht in nichts anderem als dass sie niemanden finden können denen arbeit gibt gleich sie diese nur auf das eifrigste suchen er wird sie auch beschäftigen können sie verstehen nur das feld zu bebauen es gibt also da wo weder an saat noch an ernte mehr zu denken ist für sie nichts zu tun ein einziger schaf oder kuh hirt genügt jetzt um ländereien abweiden zu lassen deren bestellung früher mehrere hundert arme erforderte eine andere folge dieses verderblichen systems ist er in mehreren gegenden sehr hohe preis der lebensmittel aber das ist nicht alles seit der vervielfältigung der weiden hat eine pestartige viehsäuse eine unermessliche anzahl von schafen getötet es scheint fast als hätte der himmel die unersättliche habsucht ihrer zusammenraffer durch diese schreckliche sterblichkeit bestrafen wollen die er gerechter gegen ihre eigenen köpfe gekehrt hätte der preis der wolle ist demgemäß so hoch gestiegen dass die unbemittelten tucharbeiter gegenwärtig keine mehr kaufen können und da haben sie abermals eine masse von arbeitslosen leuten es ist nicht zu leugnen dass die zahl der schafe täglich in außerordentlichen verhältnissen wächst der preis derselben ist aber nichtsdestoweniger deshalb um nichts gesunken weil der wollhandel wenngleich er kein gesetzliches monopol ist sich in der tat ausschließlich in den händen einiger reicher sammler befindet die durch nichts zum verkauf gezwungen sind und die daher nur mit den größten vorteilen verkaufen die übrigen tiergattungen sind aus demselben und einem noch wichtigeren grund verhältnismäßig ebenfalls im preis gestiegen denn die vermehrung dieser tiere ist seit der verminderung der meierhöfe und dem ruin des ackerbaus durchaus vernachlässigt für das große vieh sorgen ihre vornehmen nicht in gleichem maße wie für ihre schafe in entlegenen orten kaufen sie magere stücke fast für nichts und nachdem sie dieselben auf ihren wiesen gemästert haben verkaufen sie sie zu überhöhten preisen ich fürchte dass england alle folgen dieser beklagenswerten missbräuche noch nicht empfunden hat bis jetzt haben jene viehmäster nur an den orten wo sie verkaufen teuerung verursacht dadurch aber dass sie das vieh von dort wo sie es aufkaufen wegführen ohne ihm zeit zu geben sich zu vervielfältigen wird die zahl desselben allmässig abnehmen und das land muss endlich dem bitteren mangel anheimfallen so wird eine handvoll von elenden dasjenige was den reichtum ihrer insel bilden sollte in eine quelle des elends verkehren der allgemeine übelstand nötigt jeden seine aufgaben und die zahl seiner dienste einzuschränken und was sollten die entlassenen beginnen sie müssen entweder betteln oder wenn sie den mut dazu haben stehlen zu diesen ursachen des elends gesellt sich noch der luxus mit seinem wahnsinnigen aufwand bediente arbeiter arbeiter bauern alle klassen der gesellschaft entfalten einen unerhöhten luxus sowohl in betreffter kleidung als auch der nahrung und was soll ich von den stellen der unzucht sagen von den schandhöhlen des trunks und der hurerei von jenen spielhäusern vom karten würfel ball scheiben und allen übrigen spielen die das geld ihrer priester verschlingen und sie um sich ihres schadens zu erholen geradewegs zum diebstahl führen heilen sie ihre insel von diesen öffentlichen pestkrankheiten entreißen sie ihr diese wurzeln des verbrechens und des elends zwingen sie ihre vornehmen zerstörer die meierhöfe und dörfer die sie niedergerissen haben wieder aufzubauen oder wenigstens den boden an solche abzutreten die über den ruinen wieder aufbauen wollen legen sie dem habsüchtigen egoismus der reichen einen zügel an nehmen sie ihnen das recht der aufräufung und des monopols verbannen sie ihre untätigkeit geben sie dem ackerbau einen ausgebreiteten wirkungskreis schaffen sie manufakturen in wolle und anderen zweigen der industrie um jene menschenmasse nützlich zu beschäftigen deren elend seither diebe und vagabunden oder was beinahe dasselbe sagt bediente lieferte solange sie dem strom der bezeichneten übel keinen damm entgegensetzen rühmen sie mir nicht ihre justiz es wäre eine handgreifliche und alberne unwahrheit millionen von kindern überlassen sie der verderbnis einer fehlerhaften und unmoralischen erziehung die verführung lässt diese jungen pflanzen die für die tugend erblühen könnten unter ihren augen verwelken und wenn sie als erwachsene die verbrechen welche seit der kindheit in ihren seelen gekeimt ausführen bestrafen sie die unglücklichen mit dem tod sie haben diebe gemacht um das vergnügen zu genießen sie aufzuknüpfen während ich so sprach präparierte mein gegner sich zu einer antwort er nahm sich vor den pomphaften weg jener regelrechten disputatoren einzuschlagen die anstatt zu antworten das gesagte wiederholen und deshalb alle ehre einer diskussion in die stärke des gedächtnisses setzen sie haben sehr wohl gesprochen sagte er umso mehr da ihnen als einem fremden diese materien nur vom hören sagen bekannt sein können ich werde sie eines besseren unterrichten der gang meiner erwiderung wird folgender sein zuerst werde ich alles was sie gesagt haben kurz wieder durchgehen danach werde ich die irrungen hervorheben der sie sich aus unkenntnis des wahren sachbestands schuldig gemacht haben zuletzt aber werde ich ihre beweisgründe nicht allein als schwach sondern als durchaus nichtig hinstellen ich beginne demnach in der eben bezeichneten weise sie zählten wenn ich nicht ihre vier erlauben sie dass ich sie aufhalte unterbrach ihnen der kardinal nicht allzu freundlich der eingang lässt mich fürchten dass ihre rede ein wenig lang werden könnte wir wollen ihnen diese mühe für heute ersparen aber damit ist nicht gesagt dass ich ihnen ihre abhandlung erlassen will sparen sie uns dieselbe für unsere nächste zusammenkunft auf wo sie mit ihrer gegnerischen partei erscheinen werden ich wünsche dass sie beide sich morgen wieder hier einfinden wenn sie oder raphael nicht zu kommen verhindert sind unterdessen mein lieber raphael werden sie mich durch die mitteilung ihrer gründe verbinden warum der diebstahl den tod nicht verdiene und durch welche andere strafe sie die öffentliche sicherheit besser zu verbürgen gedächten denn darüber dass man den diebstahl nicht dulden darf können sie keine zweifel hegen und wenn der galgen heutzutage kein hindernis mehr für ihn bildet womit wollen sie die verbrecher selbst dann noch schrecken wenn sie gewiss sind ihr leben nicht zu verlieren welche hinlänglich starke sanktion würden sie dem gesetz geben müsste eine gelinderes strafe das verbrechen nicht umso mehr ermutigen und anspornen ich lebe in der tiefen überzeugung sehr ehrwürdiger vater dass es ungerecht ist einen menschen zu töten weil er geld entwendet hat die menschliche gesellschaft kann nicht in der art organisiert werden dass jedem eine gleiche habe garantiert würde zweifelsohne wird man mir einwerfen dass die gesellschaft durch die todesstrafe die gerechtigkeit und das gesetz räche und nicht bloß eine elende geldentwendung bestrafe meine erwiderung darauf ist der grundsatz summum jus summa in jura der höchste grad des rechts ist der höchste grad der ungerechtigkeit der wille des gesetzgebers ist nicht so durchaus unfehlbar und unumschränkt dass man wegen der geringsten verstöße gegen seine dekrete das schwert ziehen müßte das gesetz ist nicht so durchaus streng und eisern dass es alle leichten und schweren verbrechen mit demselben auge betrachten und zwischen einem mord und einem diebstahl nicht den mindesten unterschied anerkennen sollte denn wenn billigkeit mehr als ein leeres wort ist so befindet sich zwischen jenen beiden verbrechen ein abgrund ist es nicht stark gott hat den mord verboten und wir wir machen uns nicht den leichtesten skrupel daraus um einen diebstahl von wenigen geldstücken willen zu töten der eine oder andere wird vielleicht sagen durch dieses verbot hat gott das recht zu töten nur den menschen im allgemeinen keineswegs aber der obrigkeit genommen die indem sie verurteilt die gesetze der gesellschaft vertritt aber wenn dem so ist wer hindert die menschen daran sich andere den göttlichen vorschriften gleich zu widerlaufende gesetze zu bilden und diebstahl ehebruch und mein eid für erlaubt zu erklären wie gott hat uns verboten nicht allein unserem nächsten sondern auch uns selbst das leben zu nehmen wir könnten eine gesetzliche übereinkunft treffen uns einander einigen juristischen sentenzen zufolge zu erwürgen und diese charmante übereinkunft würde richtern und henkern den vorsitz vor der göttlichen gerechtigkeit anweisen indem sie ihnen das recht gäbe die vom peinlichen gesetz zum tode verurteilten in eine andere welt zu schicken daraus würde nun ganz einfach folgen dass der göttlichen gerechtigkeitspflege durch die menschliche der stempel der gesetzlichkeit und vollmacht aufgedrückt werden müsste und dass in allen denkbaren fällen dem menschen die entscheidung darüber zustehe wann den geboten gottes zu gehorchen sei und wann nicht selbst das gesetz des moses ein gesetz des schreckens und der rache für sklaven und tiefgesunkenen menschen berechnet bestrafte den einfachen diebstahl nicht mit dem tod es sei fern von uns zu denken dass die christlichen vorschriften vorschriften der milde und liebe in welchen gott als vater befiehlt uns das rechte erteilten unmenschlicher zu sein und jenen augenblick bruderblut zu vergießen das sind die beweggründe nach welchen es mir ungerecht scheint über den dieb und den mörder dieselbe strafe zu verhängen wenige worte werden sie überzeugen wie nichtig dieses strafsystem in sich selbst wie gefährlich es für die öffentliche sicherheit ist ein verbrecher sieht dass er wenn er stiehlt nicht weniger zu fürchten hat als wenn er mordet er tötet also denjenigen den er sonst nur beraubt haben würde er tötet ihn seiner eigenen sicherheit halber denn so entledigt er sich seines ersten zeugen und sucht sein verbrechen auf gut glück zu verheimlichen eine schöne wirkung jener unversöhnlichen justiz indem sie dem dieb mit dem galgen droht macht sie ihn zum mörder und jetzt komme ich zur lösung jenes so oft und so lebhaft als frage formulierten problems was ist das beste strafsystem nach meinem dafür halten wäre das beste weit leichter zu finden als das schlimmste zudem kennen sie alle das von den römern diesem in der wissenschaft der staatsregierung so fortgeschrittenen volk adoptierte strafsystem die großen verbrecher verurteilten sie zu lebenslänglicher sklaverei zu zwangsarbeiten an heerstraßen oder in bergwerken dieses verfahren scheint mir die gerechtigkeit mit dem öffentlichen nutzen zu vereinigen um ihnen jedoch aufrichtig zu sagen wie ich darüber denke so wüsste ich nichts dem an die seite zu stellen was ich bei den polyleriten eine von persien abhängigen nation gesehen habe das land der polyleriten ist ziemlich bevölkert und ihre einrichtungen zeugen von nachdenken abgesehen von dem jährlichen tribut welchen sie dem könig von persien zahlen genießen sie ihre freiheit und regieren sich durch eigene gesetze vom meer entfernt und von gebirgen eingeschlossen lassen sie sich die erzeugnisse eines gesegneten und fruchtbaren bodens genügen selten gehen sie ins ausland selten kommt ein ausländer zu ihnen den grundsätzen und sitten ihrer voreltern getreu suchen sie ihre grenzen nicht zu erweitern und haben von außen nichts zu fürchten ihre gebirge und der tribut welchen sie jährlich dem monarchen zahlen schützen sie vor jedem feindlichen einfall sie leben behaglich in frieden und überfluss ohne armee und ohne adel nur mit ihrem glück beschäftigt und wenig um eitlen ruhm besorgt denn der übrigen welt ihre nachbarn vielleicht ausgenommen ist der name unbekannt wenn bei diesem volk ein individuum des diebstahls überführt ist zwingt man ihn zuvörderst zur herausgabe des gestohlenen an den eigentümer und nicht wie es anderswo gehalten zu werden pflegt an den fürsten die polydariten sind der meinung dass der diebstahl des eigentumsrecht keineswegs aufhebe ist der gegenstand beschädigt oder verloren so nimmt man den wert desselben aus dem besitztum des schuldigen lässt aber seine frau und seinen kindern alles übrige ihn selbst verurteilt man zu öffentlichen arbeiten und war der diebstahl nicht von erschwerenden umständen begleitet so wirft man den verurteilten wieder ins gefängnis noch in ketten er arbeitet mit freiem körper und ohne fesseln als zwangsmittel für die trägen und widerspenstigen zieht man körperliche züchtigungen den ketten vor diejenigen welche ihre pflichten gewissenhaft erfüllen erfahren durchaus keine harte behandlung abends werden die sträflinge beim namen aufgerufen und in hütten eingeschlossen wo sie die nacht zubringen übrigens besteht die einzige strafe die sie zu erleiden haben in der unausgesetzten arbeit denn man liefert ihnen alles was zum leben notwendig ist da sie für die gesellschaft arbeiten werden sie auch von der gesellschaft unterhalten in der letzteren beziehung richtet sich die art und weise nach den örtlichkeiten in gewissen provinzen händigt man den sträflingen das ergebnis von almosen und kollekten aus dieses hilfsmittel ist obgleich niemand zur beisteuer gezwungen werden kann wegen der gutmütigkeit der einwohner ein äußerst ergiebiges anderswo bestimmt man zu diesem zweck einen teil der staatseinkünfte oder auch eine privat- und personensteuer es gibt sogar gegenden wo die verurteilten gar nicht an die öffentlichen arbeiten gebunden sind jeder welcher arbeiter oder tagelöhner benötigt mietet sich dieselben für den tag und zwar für einen lohn der ein wenig niedriger ist als derjenige für einen freien mann das gesetz gibt dem herrn das recht die nachlässigen zu schlagen auf diese weise gebricht es den verurteilten niemals an arbeit sie verdienen sich ihre kleidung und ihren lebensunterhalt und fügen täglich etwas zum staatsschutz hinzu man erkennt sie leicht an der farbe ihres kleides das bei allen gleich und ihr ausschließliches eigentum ist ihr kopf ist nicht rasiert ausgenommen ein wenig über den ohren deren eines verschnitten ist ihre freunde dürfen ihnen zu trinken zu essen und ein kleid von der gewünschten farbe geben ein geldgeschenk aber hat sowohl den tod des gebers als auch des empfängers zur folge ein freier mann darf unter keinem vorwand von einem sklaven so nennt man die verurteilten geld annehmen der sklave darf keine waffen berühren diese beiden letzteren verbrechen werden mit dem tode bestraft jede provinz markiert ihre sklaven mit einem besonderen und unterscheidenden zeichen das auslöschen desselben sowie ein schritt über die grenze und das reden mit sklaven einer anderen provinz wird ihnen zu einem hauptverbrechen angerechnet die einfache absicht zu fliehen ist nicht weniger gefährlich als die flucht selbst durch die teilnahme an einem solchen komplott hat der sklave sein leben und der freie mann seine freiheit verwirkt ja das gesetz sichert sogar demjenigen der ein solches komplott anzeigt eine belohnung er empfängt geld wenn er frei ist die freiheit wenn er sich zu den sklaven zählt und die ungestraftheit wenn er ein mitschuldiger war damit der übeltäter nicht mehr sicherheit darin finde auf einer bösen absicht zu beharren als dieselbe zu bereuen dies ist das strafsystem der polyleriten in betreff des diebstahls man erkennt darin auf den ersten blick große milde verbunden mit bedeutendem nutzen wenn das gesetz züchtigt so geschieht es nur um das verbrechen zu töten während der mensch geschont wird es behandelt den verurteilten so sanft und zweckmäßig dass es ihn nötigt rechts schaffen zu werden und während seines übrigen lebens die gesellschaft für alle übel die er ihr zugefügt hat zu entschädigen auch tritt nur äußerst selten der fall ein das verurteilte zu ihren früheren fehlern zurückkehren die einwohner hegen in dieser beziehung nicht im entferntesten furcht und diejenigen unter den letzteren die irgendeine reise unternehmen bellen sich sogar ihre führer unter diesen sklaven aus die sie von einer provinz zu anderen wechseln in der tat was hätten sie zu fürchten das gesetz nimmt dem sklaven die möglichkeit und sogar den gedanken daran zu stehlen seine hände sind unbewaffnet im geld sieht er nur eine warnung vor seinem hauptverbrechen nach geschehner entwendung desselben ist ihm der tod sicher und die flucht unmöglich wie sollte ein mensch dessen kleidung sich von derjenigen aller anderen unterscheidet es anfangen unbemerkt zu entkommen er müßte dann durchaus nackt gehen und selbst in diesem falle würde ein halb abgeschnittenes ohr ihn verraten ebenso unmöglich ist es den sklaven ein komplott gegen den staat zu schmieden um dem unternehmen einigen erfolg zu sichern müßten die häupter desselben die sklaven mehrerer provinzen für sich gewinnen dies würde ihnen jedoch nie gelingen leuten die bei todesstrafe weder zusammenkommen noch miteinander sprechen einen gruß weder geben noch erwidern dürfen ist eine verschwörung nicht leicht ja es ist sogar kaum denkbar dass sie ihr vorhaben ihren kameraden welche die gefahr des schweigens und den unermesslichen vorteil des anzeigens kennen anvertrauen wagen würden auf der anderen seite haben alle die hoffnung dadurch dass sie sich folgsam und ergeben zeigen und für die zukunft eine gute aufführung verbürgen eines tages die freiheit wieder zu erlangen denn es vergeht kein jahr in welchem nicht eine große anzahl von sklaven die sich vollständig gebessert haben ihren früheren verhältnissen zurück und wieder freigegeben würden warum fügte ich noch hinzu ließe sich ein ähnliches strafsystem nicht in england einführen dasselbe würde jener justiz die den enthusiasmus meines gelehrten gegners so sehr entflammt bei weitem vorzusehen sein ein solches verfahren erwiderte dieser wird sich in england nie einführen lassen ohne die auflösung und den untergang des reichs es zur unausbleiblichen folge zu haben dann schüttelte er den kopf verzog die lippen und schwieg alle anwesenden beeiferten sich diesem glänzenden orakelspruch entzückt bis zu dem augenblick zu applaudieren wo der kardinal in folgendem seine meinung aussprach wir sind keine propheten um vor aller erfahrung wissen zu können ob die polyleritische gesetzgebung unserem land ersprießlich sein würde oder nicht bei alledem scheint es mir dass der fürst nach ausgesprochenem todesurteil eine frist gebieten könnte um dieses neue system zu versuchen indem er zugleich die privilegien der städten des asyls aufhebe fällt das resultat des versuchs günstig aus so adoptieren wir jenes system wenn nicht so mögen die verurteilten die todesstrafe erleiden diese verfahrensweise würde die ausübung der justiz nur aufschieben und während des aufschubs nicht die mindeste gefahr nach sich ziehen ja ich gehe noch weiter ich halte es für sehr zweckmäßig ebenso milde und kluge maßregeln zur unterdrückung und vernichtung der vagabondage anzuwenden wir haben um uns dieser landlage zu entledigen gesetze auf gesetze gehäuft und das übel ist heutzutage ärger als je kaum hatte der kardinal das letzte wort ausgesprochen als dem durch seine eminenz unterstützten meinungen die solange ich allein sie verfocht nur verachtung und zurückweisung erfahren hatten von allen seiten der übertriebenste beifall gezollt wurde besonders regnete der weihrauch auf die ansichten des prälaten in bezug auf die vagabondage herab ich weiß nicht ob es besser getan wäre das übrige der konversation mit stillschweigen zu übergehen es wurden ziemlich lächerliche dinge besprochen nichts desto weniger sollten sie auch dieses erfahren die erwähnten dinge waren nicht übler art und außerdem knüpfen sie sich an mein soujet es befand sich an der tafel einer jener schmarotze die sich eine ehre und ein metier daraus machen den affen zu spielen was diesen betrifft so war die ähnlichkeit so vollkommen dass man ihn leicht für das annahm was er zu vertreten suchte seine scherze waren ebenso albern und abgeschmackt dass das lachen öfter seiner person als seinen wortwitzen galt indessen entwischte ihm dennoch von zeit zu zeit ein ganz vernünftiges wort er bestätigte das französische sprichwort wer die höchste stufe der albernheit erstieg befindet sich oft auf dem gipfel des witzes einer der gäste machte die bemerkung dass ich das los der diebe und der kardinal dasjenige der vagabunden zu verbessern getrachtet dass es jedoch noch zwei andere klassen von unglücklichen gäbe deren existenz die gesellschaft sicherzustellen habe da sie unfähig seien sich durch arbeit ihren lebensunterhalt zu gewinnen er meinte die kranken und die altersschwachen lassen sie mich nur machen sagte der gag ich habe in dieser hinsicht einen superben plan um ihnen die wahrheit zu sagen so habe ich bedeutend lust mich von dem anblick dieser elenden zu befreien und sie von aller augen fern in ein kloster zu sperren sie ermüden mich mit ihrer weinerlichkeit ihrem seufzen und jammer so blicken obgleich diese trauermusik mir nie einen zu hat entreißen können denn immer passiert mir entweder das eine oder das andere kann ich geben so will ich nicht und will ich so kann ich nicht sie benehmen sich daher jetzt auch ganz vernünftig sehen sie mich kommen so lassen sie mich um keine zeit zu verlieren ungeschoren sie wissen dass sie von mir nicht mehr erhalten würden als von einem priester beschließe daher alle alten und kranken bettler sollen eingeteilt und klassifiziert werden wie folgt die männer gehen als laienbrüder in die klöster der benedektiner die frauen werden nonnen so bleibt es mir der kardinal lächelte über diesen einfall er billigte ihn als eine scherzhafte idee die übrigen anwesenden aber als ein ernstes und gewichtiges wort vor allen versetzte sie einen geistlichen der ebenfalls zugegen war in die rosenfarbenste laune dieser ehrwürdige bruder belustigte sich indem er die runzeln von seinem finsteren gesicht ein wenig verschwinden ließ die bettelmönche sind aber die ersten vagabunden von der welt bett bei diesem scharfen ausfall richteten sich alle augen auf den kardinal dieser machte kein übellauniges gesicht und nun erhielt das epigramm geräuschvollen beifall der ehrwürdige bruder aber er hatte leichtes spiel ereifern wir uns nicht sehr teurer bruder es steht geschrieben selig sind die geduldigen denn ihrer ist das himmelreich der theologe zögerte nicht mit der antwort sie lautete buchstäblich ich ereifere mich nicht sie lump oder wenigstens versündige ich mich damit nicht denn der psalmist sagt ereifert euch und sündigt nicht der kardinal ermahnte den bruder nun in sanftem tone seine aufwallungen zu mäßigen nein mein herr rief dieser nein ich kann ich darf nicht schweigen es ist ein göttlicher eifer der mich entflammt und selbst bei den männern gottes finden wir diese heiligen zornausbrüche daher steht geschrieben der eifer deines hauses verschlingt mich sinkt man nicht in den kirchen die und so weiter und dieselbe strafe wird diesem spötter zuteil werden diesen gedanken diesem bruder lüderlich ihre absicht sagte der kardinal ist zweifelsohne eine gute aber mir scheint dass sie wenn sie nicht heiliger so doch klüger handeln würden wenn sie es vermeiden wollten sich mit einem toren in einen lächerlichen streit einzulassen mein benehmen sehr ehrwürdiger vater wüsste ich in mein benehmen sehr ehrwürdiger vater wüsste ich in der tat nicht klüger einzurichten salomo der weiseste der menschen hat gesagt antwortet dem narren nach seiner narrheit nun und das tue ich eben ich zeige ihm den abgrund in welchen er wenn er sich nicht hütet unfehlbar stürzen wird diejenigen welche den elysis verachten waren sehr zahlreich und sie alle wurden dafür gezüchtigt eines einzigen mannes mit kahl im haupte gespottet zu haben wie groß wird nun die züchtigung für einen einzigen mann ausfallen der eine so große zahl von brüdern unter welchen so mancher kahlkopf steckt lächerlich zu machen wagt aber er hat noch einen anderen weit triftigeren grund zu zittern wir besitzen eine päpstliche bulle nach welcher diejenigen die sich über uns lustig machen dem kirchenbann verfallen der kardinal machte dem lied jetzt dadurch ein ende daß er dem tafelnarren durch ein zeichen entfernte und der unterhaltung eine andere wendung gab bald darauf erhob er sich von der tafel um seinen lehnsleuten audienz zu erteilen und beurlaubte die sämtlichen gäste lieber morus ich habe sie mit der erzählung einer ziemlich langen geschichte ermüdet gewiss ich würde mich schämen sie so lang ausgesponnen zu haben wenn ich nicht ihren bitten nachgegeben und wenn ich die aufmerksamkeit die sie diesen details widmeten es mich zur pflicht gemacht hätten keins der letzteren auszulassen ich hätte kürzer sein können aber ich wollte den geist und charakter der gäste vor ihr auge stellen solange nur ich allein meine ansichten entwickelte wurden meine worte von allen missbilligt sobald aber der kardinal mit mir übereinstimmte trat unbedingter beifall an die stelle der missbilligung ihre höfische schmeichelei ging so weit selbst die albernheit eines spaßmachers welcher der kardinal nur als eine frivole posse belächelte weise und vortrefflich zu finden sind sie jetzt der meinung dass meine person und meine ratschläge bei hofleuten große beachtung finden würden ihre erzählung erwiderte ich hat mir großen genuss bereitet sie vereinigte interesse und reiz mit den resultaten tiefen nachdenkens ich glaubte mich während ich ihnen zuhörte in england denn ich bin als kind in den palais jenes guten kardinals erzogen worden und die erinnerung an ihn führte mich in meine früheste kindheit zurück sie besaßen bereits meine ganze freundschaft all das gute aber was sie von dem frommen erzbischof erzählten macht sie meinem herzen noch teurer übrigens beharre ich in betreff ihrer person auf meine meinung ich bin überzeugt dass ihre ratschläge von großem nutzen für die öffentlichkeit sein würden sobald sie ihre abneigung gegen könige und höfe überwinden könnten ist es nicht ihre wie die pflicht jeden guten bürgers dem allgemeinen interesse persönliche abneigungen zu opfern later sagt die menschheit wird einst glücklich sein wenn die philosophen könige und die könige philosophen sein werden ach wie fern liegt uns dieses glück wenn die philosophen es sogar unter ihrer würde finden den königen als räte beizustehen sie tun den denkern unrecht erwiderte raphael sie sind nicht egoistisch genug um die wahrheit zu verbergen mehrere haben sie in ihren schriften mitgeteilt und wenn die herren der welt das licht zu empfangen bereit wären sie könnten sehen und verstehen leider bedeckt ihre augen eine unglückliche binde die binde der vorurteile und falschen grundsätze die man ihnen schon in frühester kindheit eingeflößt plato wußte das recht gut er wußte auch daß könige niemals die ratschläge der philosophen befolgen würden wenn sie nicht selbst philosophen wären er selbst machte diese traurige erfahrung am hof dionysus des tyrannen angenommen nun ich wäre minister eines königs ich schlage ihm die heilsamsten gesetze vor ich suche nach kräften seinem herzen und seinem reich alle wurzeln des nebels zu entreißen glauben sie dass er mich nicht von seinem hof verweisen oder dem gespott der höflinge bloß stellen wird angenommen zum beispiel ich wäre minister des königs von frankreich ich sitze im konzil und der monarch selbst präsidiert im inneren seines palastes die beratungen der gescheitersten politiker des königreichs diese hohen und viel geltenden herren zerbrechen sich die köpfe um zu finden mittels welcher intrigen und kniffe der könig ihr gebiete sich mailand erhalten das immer aufs neue abfallende königreich neapel wiedergewinnen wie ferner er die republik venedig vernichten und das ganze italien sich unterwerfen wie er endlich flandern brabant ganz burgund und die übrigen nationen die sein ehrgeiz schon seit lange erobert und an sich gerissen hat seiner krone wieder einverleiben könne der eine schlägt vor mit den venetianern ein bündnis einzugehen das so lange geltung haben möge wie ein bruch desselben ohne nutzen sei um ihr misstrauen desto gewisser zu beseitigen fügte er hinzu könnten wir ihnen die anfangsworte des rätsels mitteilen ja wir lassen ihnen sogar einen anteil an der beute nach der vollständigen ausführung des projekts werden wir dieselbe mit leichter mühe zurücknehmen ein anderer rät dazu sich mit den deutschen zu verbinden ein dritter mit geld die schweizer zu kirren dieser hält dafür daß man sich den kaiserlichen gott geneigt machen und ihm gold zum sühneopfer darbringen müsse jener hält es für bequem sich mit dem könig von aragonien zu vergleichen und ihm gleichsam als unterpfand des friedens das königreich navarra abzutreten das ihm nicht gehört ein anderer will den prinzen von kastilien mit der hoffnung auf eine allianz anlocken und am hof desselben durch auszahlung schwerer pensionen an einige einflussreiche staatsmänner geheime einverständnisse unterhalten später gelangt man an jene schwierige frage auf welche niemand die antwort weiß und die mehr als jede andere einen politischen gordischen knoten bildet diese frage betrifft england um sie für alle nicht vorhersehbaren fälle abzusichern trifft man folgende verfügungen es soll mit dieser macht wegen der friedensbedingungen unterhandelt und das band einer beständig schwankenden vereinigung straffer gezogen werden man soll sie öffentlich die beste freundin frankreichs nennen ihr aber im grunde misstrauen wie seinem ärgsten feind man soll die schotten gleichsam als schildwachen eines vorpostens denen nicht das mindeste geräusch entgeht beständig in atem halten und sie veranlassen auf das erste zeichen einer bewegung in england als vortruppen einer armee dort einzufallen man soll insgeheim wegen der traktate die eine öffentliche protektion nicht zulassen irgendeine hohe person im exil unterstützen sie dazu ermutigen ansprüche auf die krone englands gelten zu machen und dadurch dem regierenden fürsten sobald er anlass zu befürchtungen gibt schach bieten wenn nun inmitten dieser königlichen versammlung wo so viele und so große interessen zur sprache kommen im gegenwart dieser tiefen politiker die sämtlich für den krieg stimmen wenn nun ich ein mann ohne alle bedeutung mich plötzlich erhöbe um ihre kombinationen und berechnungen umzustoßen wenn ich spreche lassen wir italien in ruhe und bleiben wir in frankreich frankreich ist schon zu groß um von einem einzigen manne wohl regiert zu werden der könig darf nicht daran denken es noch zu vergrößern hören sie meine herren was sich unter ähnlichen umständen bei den achoriern ereignete und welchen entschluss sie bei dieser gelegenheit fassten diese nation wohnt an den ufern des euro eston der insel utopia gegenüber einst beschloss sie den krieg weil ihr könig kraft einer alten allianz rechte auf ein benachbartes königreich zu haben glaubte letzteres wurde unterjocht aber man erkannte bald dass die festhaltung der eroberung bei weitem schwieriger und mühsamer war als die eroberung selbst jeden augenblick musste man eine revolution im inneren unterdrücken oder truppen in das eroberte land schicken jeden augenblick musste man sich für oder gegen die neuen untertanen schlagen unterdessen stand die armee beständig unter waffen die bürger wurden erdrückt von der last der auflagen das geld ging ins ausland das blut floss in strömen um der eitelkeit eines einzigen menschen zu genügen die kurzen augenblicke des friedens waren nicht weniger unheilvoll als der krieg die zügellosigkeit der feldlager hatte verderblich auf die sitten eingewirkt der soldat kehrte zum heimatlichen herd zurück mit der liebe zum raub und der kühnheit des mörders einer frucht der metzelei auf dem schlachtfeld diese verwirrungen diese allgemeine verachtung der gesetze hatten ihren grund darin dass der fürst in dem er seine aufmerksamkeit und seine sorgen zwischen beiden königreichen teilte weder dem einen noch dem anderen in geziemender weise vorstehen konnte die achoria wollten so vielen übeln ein ziel setzen sie vereinigten sich in einer nationalversammlung und boten dem monarchen höflich die wahl zwischen den beiden staaten indem sie ihm erklärten wie er ferner hin nicht zwei kronen tragen könnte und wie es abgeschmackt sei dass ein großes volk durch einen halben könig regiert würde der nicht einmal ein individuum mit einem esel treiber zu schaffen haben wollte der zu gleicher zeit einem anderen herrn diene der brave fürst entschloss sich kurz er trat sein neues königreich einem seiner freunde ab der kurz nachher daraus verjagt wurde und er selbst begnügte sich mit seiner alten besitzung ich komme zu meiner annahme zurück wenn ich noch weiter ginge wenn ich mich an den monarchen selbst wendend ihm begreiflich machte dass diese passion für den krieg die um seinetwillen die nationen erschüttern seine finanzen erschöpfen und sein volk ruinieren müsse demnächst und eben dadurch aber für frankreich die unseligsten folgen nach sich ziehen könne wenn ich zu ihm spreche sire benutzen sie den frieden den ein glückliches ungefähr ihnen bietet bilden sie das königreich ihrer väter nach allen seiten hin aus treiben sie das glück den reichtum die kraft zur vollen blüte lieben sie ihre untertanen und machen sie sich's zur freude von ihnen geliebt zu werden leben sie inmitten derselben als vater und herrschen sie nie als despot kümmern sie sich nicht um fremde reiche dasjenige welches ihnen zum erbe geworden ist ist groß genug für sie sagen sie mir lieber morus was für ein empfang würde eine solche rede werden ein sehr übler erwiderte ich das ist nicht alles fuhr rafael fort bisher haben wir die auswärtige politik der minister frankreichs beleuchtet es handelte sich um den ruhm des regenten jetzt handelt es sich um das geld fassen wir ein wenig die grundsätze ins auge nach welchen sie die regierung und die justiz handhaben dieser schlägt vor den wert der münzen zu erhöhen sobald es gilt eine anleihe zurückzuzahlen und umgekehrt denselben um ein bedeutendes sinken zu lassen sobald man die staatskasse füllen will durch dieses zweifache mittel entledigt sich der fürst ungeheurer schulden und sichert sich in wenigem eine äußerst einträgliche ernte jener rät die vorspiegelung eines nahe bevorstehenden krieges dieser vorwand wird eine neue auflage rechtfertigen nach erhebung des nötigen schließt der fürst auf einmal frieden er befiehlt das glückliche ereignis in den kirchen durch dankgebete und mit allen religiösen zeremonien zu feiern die nation ist geblendet und die öffentliche dankbarkeit erhebt die tugenden eines königs der so menschlich und sparsam mit dem blut seine untertanen umgeht bis über die wolken ein anderer macht sich daran alte wurmstichige und von der zeit längst aufgehobene gesetze wieder hervorzusuchen da das dasein derselben jedem unbekannt ist wird jeder sie übertreten indem man daher die auf übertretung dieser gesetze festgesetzten geldbußen erneuert schafft man sich eine nicht nur sehr ergiebige sondern sogar sehr ehrliche quelle man handelt ja im namen der justiz wieder ein anderer hält es für nicht minder ersprießlich unter androhung schwerer geldstrafen geradezu eine menge von neuen verboten der mehrzahl nach zugunsten des volkes zu erlassen für bedeutende summen wird der könig denjenigen deren privatinteressen durch jene verbote gefährdet wären die erlaubnis verkaufen sich nicht darum zu kümmern auf diese weise sieht er sich mit den segnungen des volkes überschüttet und macht eine doppelte einnahme indem ihm zugleich das geld der übertreter und der privilegierten zufließt die sache erscheint umso zweckmäßiger da seine majestät je übermäßiger man den preis für eine umgehung festsetzt desto mehr an verehrung und zuneigung gewinnt seht wird man sagen welchen zwang dieser brave fürst seinem herzen antut da er das volk seinem volk zu schaden so teuer verkauft noch ein anderer endlich rät dem monarchen richter anzustellen die dazu bereit sind bei jeder gelegenheit die rechte der krone zu verteidigen eure majestät fügt er hinzu würden dieselben an ihren hof berufen und veranlassen in ihrer gegenwart ihre eigenen angelegenheiten zu untersuchen so schlecht eine sache auch sein mag immer wird sich ein richter finden der vom gegenteil überzeugt ist sei es nun aus lust am widerspruch sei es aus liebe zur neuheit oder zum verschrobenen oder sei es endlich um dem monarchen zu gefallen der streit beginnt die menge und der konflikt der meinungen verwirren eine an und für sich sehr klare sache die wahrheit wird in frage gestellt eure majestät ergreifen den günstigen augenblick alle schwierig leiten dadurch zu beseitigen indem sie das recht zu ihren gunsten auslegen die dissidenten treten aus scham oder furcht ihre meinung bei und das urteil ist allen formen gemäß gefällt wie sich's gehört werden die denkenden einem richter zu widersprechen wagen der zugunsten des fürsten aburteilt hat er nicht den text des gesetzes für sich die freiheit der auslegung und was ein gewissenhafter und getreuer richter über alle gesetze erhaben achten muss den königlichen nutzen hören sie die politischen moral grundsätze die von den mitgliedern der hohen versammlung einstimmig proklamiert werden der könig welcher eine armee ernährt besitzt nie zu viel geld der könig kann nicht ungerecht handeln selbst wenn er es wollte er ist unumschränkter universal eigentümer der güter und personen all seine untertanen die letzteren besitzen das ihrige nur solange es ihm beliebt und nur als niesnutz die armut des volkes ist der schirmwall der monarchie reichtum und freiheit führen zum ungehorsam und zur verachtung der gewalt der freie und reiche mensch erträgt eine ungerechte und despotische regierung mit ungeduld dürftigkeit und elend ermutigen die kühnsten stumpfen die geister ab machen sie geschickt zum dulden und zur knechtschaft und nehmen ihnen durch den beständigen druck jene energie die zur abschüttelung des joches nötig wäre wenn ich mich nun abermals erhöbe wenn ich zu diesen mächtigen herren spreche ihre ratschläge sind infam sie sind ebenso schimpflich für den könig wie für das volk verderblich die ehre und das wohl ihres gebieters besteht viel mehr in dem reichtum seine untertanen als in seinem eigenen die menschen haben die könige um der menschen und nicht um der könige willen gemacht sie haben häupter an ihre spitze gestellt um ruhig und sicher vor gewalt und feindlichen angriffen zu leben die heiligste pflicht des fürsten besteht darin mehr auf das glück seines volkes als auf das seinige bedacht zu sein als ein treuer hirte muss er sich für seine herde opfern und sie auf die fettesten weiden führen behaupten dass das öffentliche elend die beste schutzwache für die monarchie bilde heißt einen großen und handgreiflichen irrtum behaupten wo sieht man mehr streit und blutige köpfe als unter bettlern welches sind die menschen die am lebhaftesten nach einer revolution verlangen sind es nicht diejenigen die eine beklagenswerte der existenz führen welches sind die menschen die am meisten kühnheit zeigen werden wenn es den staat zu schützen gilt sind es nicht diejenigen die dabei nur gewinnen können weil sie nichts zu verlieren haben ein könig der sich den hass und die verachtung der bürger zugezogen hat und sich nur durch bedrückung plünderung güter einziehung und gänzliche verarmung des volkes am ruder zu erhalten weiß sollte vom thron steigen und das zepter niederlegen durch anwendung dieser tyrannischen mittel werde sich vielleicht den namen eines königs bewahren den mut aber und die majestät eines solchen gewiss verlieren die königliche würde besteht darin nicht über bettler sondern über reiche und glückliche menschen zu herrschen fabricius ihre große seele war von dieser erhabenen wahrheit durchdrungen als er sagte ich will lieber reichen menschen gebieten als selbst reich zu sein und in der tat mitten unter den leiden und seufzern eines volkes den wollüsten zu frönen und sich mit vergnügen zu übersättigen heißt nicht ein königreich sondern ein gefängnis bewachen wenn ein arzt die krankheiten seiner patienten nur dadurch zu entfernen weiß dass er andere krankheiten von noch gefährlicherem charakter an deren stelle treten lässt so gilt er für einen unwissenden pfuscher gesteht daher ihr die ihr nur dadurch zu regieren wisst dass ihr den bürgern die bedürfnisse und die bequemlichkeiten des lebens raubt gesteht dass ihr ebenso unwürdig wie unfähig seid über freie menschen zu herrschen oder wohlan bessert euch in betreff eurer unwissenheit eures stolzes und eurer trägheit denn diese fehler sind es die dem monarchen hass und verachtung zuziehen lebt wie es billig ist von euren domänen gebt nicht mehr aus als ihr einnehmt hemmt den strom des lasters trefft segensreiche einrichtungen die dem bösen zuvorkommen und es im keime ersticken anstatt strafmaßregeln gegen die unglücklichen zu treffen die eine abgeschmackte und barbarische gesetzgebung dem verbrechen und dem tode weiht denkt nicht daran alte wurmstichige gesetze die nicht mehr zeitgemäß und längst vergessen sind zu erneuern und euren untertanen dadurch steine des anstoßes und ärgernisses vorzuwerfen setzt auf den verstoß gegen ein gesetz nie eine so hohe geldbuße dass der richter sie einfach privatpersonen gegenüber als ungerecht und schändlich brandmarken würde habt beständig die schöne sitte der markanier vor augen bei dieser nation einer nachbarin von utopia bringt der könig an dem tag an dem er das reich in seinen besitz nimmt der gottheit opfer und gelobt durch einen heiligen schwur in seinen koffern nie mehr als tausend pfund gold oder eine diesem gleich kommende geldsumme zu haben dieser brauch wurde von einem fürsten eingeführt der mehr das wohl des staates als die anhäufung von millionen am herzen lag er wollte dadurch dem geiz seiner nachfolger einen zügel anlegen und sie daran hindern sich auf kosten ihrer untertanen zu bereichern tausend pfund goldes schienen ihm eine summe die zwar für den fall eines auswärtigen oder bürgerkrieges ausreichen jedoch zu gering sein würde um das vermögen der nation zu verschlingen besonders war es der letzte grund der ihn zur aufstellung dieses gesetzes bewog er hatte aber noch zwei andere zwecke erstens für schwankende zeiten das zum umlauf und für die täglichen handelsgeschäfte der bürger nötige geld in rückhalt zu haben zweitens die höhe der auflagen und der zivilliste einzuschränken damit der fürst den überschuss des gesetzlichen maßes nicht zu missbräuchen und ungerechtigkeiten verwenden möge ein könig wie dieser ist der schrecken der bösen und die liebe der rechtschaffenen aber sagen sie mir nun lieber morus wer eine solche moral menschen predigen wollte die aus interesse und berechnung geradezu entgegengesetzten grundsätzen anhängen würde er nicht tauben ohren predigen und zwar stocktauben erwiderte ich aber mich wundert dies nicht und um ihnen meine meinung zu sagen es ist durchaus unnütz ratschläge zu erteilen wenn man die feste überzeugung hegt dass sie sowohl der form als auch dem wesen nach werden zurückgewiesen werden die minister und politiker des tages aber schwimmen in irrtümern und vorurteilen wie wollen sie ihre absichten mit gewalt umwerfen und der wahrheit und billigkeit plötzlichen eingang in kopf und herz derselben erzwingen diese scholastische philosophie ist wohl mit einer vertraulichen unterhaltung zwischen freunden an ihrem platz keineswegs aber in den ratsversammlungen der könige wo große angelegenheiten mit großer autorität und der höchsten gewalt gegenüber verhandelt werden da haben wir was ich soeben sagte versetzte raphael zu den höfen der fürsten hat die philosophie keinen zutritt sie haben recht wenn sie jene schulphilosophie meinen die blindlings angreift und sich weder um zeit und ort noch um personen kümmert aber es gibt eine minder hohe philosophie diese kennt ihr theater und spielt ihre rolle in dem stück worin sie aufzutreten hat mit geschick und harmonie und diese müssen sie in anwendung bringen gesetzt sie wollten bei der aufführung eines lustspiels von plautus in dem augenblick wo die sklaven in der besten laune sind im gewand eines philosophen auf die szene stürzen und jene worte des octavia deklamieren womit seneca den nero geißelt und moralisiert ich zweifle sehr dass man ihnen applaudieren wird gewiss sie hätten besser daran getan sich auf die rolle einer stummen person zu beschränken als dem publikum ein solch tragikomisches drama zu geben dieses schlecht zusammen passende amalgam würde das ganze schauspiel verderben selbst wenn ihr spruch hundertmal mehr wert wäre als das stück ein guter schauspieler verwendet sein ganzes talent auf seine rollen sie seien gut oder übel er stört nicht das ganze weil ihm vielleicht die laune kommt irgendeinen prächtigen und pompösen vers zu zitieren in dieser weise muss man auftreten wenn man inmitten einer königlichen versammlung staatsangelegenheiten verhandelt kann man dennoch weder verkehrte maximen entwurzeln noch unmoralische gebräuche abschaffen so bildet dies keinen grund die öffentliche sache zu verlassen kein schiffer würde während eines sturms sein schiff verlassen nur weil er den wind nicht bemeistern kann sie sprechen zu menschen deren grundsätze den ihrigen zu widerlaufen wie werden sie ihre worte aufnehmen wenn sie ihnen geradezu widersprechend und sie lügen strafen schlagen sie einen umweg ein er wird sie sicherer zum ziel führen sie müssen die wahrheit mit geschick und zur rechten zeit zu sagen wissen und wenn ihre bemühungen nicht dazu beitragen können das gute zu bewirken so mögen sie wenigstens dazu beitragen die intensität des bösen zu schwächen denn nichts wird gut und vollkommen sein bevor nicht die menschen selbst gut und vollkommen sind und bis dahin werden noch jahrhunderte vergehen rafael antwortete wissen sie was mir aus einem solchen verfahren erwachsen müsste in dem bestreben die torheit anderer zu heilen würde ich mit ihnen zum toren werden es würde lügen wollte ich anders sprechen als ich zu ihnen gesprochen habe gewissensphilosophen ist die lüge vielleicht erlaubt nur widerstrebt sie mir ich weiß dass meine rede den räten der könige hart und streng scheinen würde gleichwohl finde ich die neuheit derselben nicht so seltsam dass sie ans absurde streifen sollte wenn ich die theorien der republik platos oder die in heutiger zeit bei den utopien üblichen gebräuche berichten würde dinge ausgezeichneter art gegen welche unsere ideen und sitten nicht im entferntesten stich halten so könnte man glauben ich käme aus einer anderen welt weil hier jeder das eigentumsrecht genießt während dort alle güte gemeinschaftlich sind aber was habe ich gesagt das nicht veröffentlicht werden dürfte und sogar müsste meine moral zeigt die gefahr der vernünftige lässt sich dieselbe zur warnung dienen sie verletzt nur den toren der sich rettungslos in den abgrund stürzt es ist feigheit oder falsche scham die wahrheit zu verschweigen welche die menschliche verderbtheit verdammen man wendet vor dass jene wahrheiten als abgeschmackte neuerungen oder unausführbare chimären einen schimpflichen empfang erfahren würden sonst müsste man über das evangelium einen schleier werfen und den christen die lehren jesu entstellen aber jesus verbot seinen jüngern das schweigen und die verheimlichung er wiederholte ihnen oft was ich leise und insgeheim zu euch rede das predigt laut und öffentlich von den dächern die moral christi aber steht den sitten dieser welt mehr entgegen als die in unserer unterhaltung ausgesprochenen ansichten die apostel als gewandte männer sind auf jenem umweg den sie vorhin erwähnten vorgeschritten als sie sahen dass es den menschen zuwider war ihre schlechten sitten der christlichen lehre gemäß zu ändern bogen sie das evangelium wie eine bleistange um es den menschlichen sitten anzupassen wohin hat diese gewandte verfahrensweise sie geführt dem laster die ruhe und sicherheit der tugend zu geben und ich würde in den koncierges der fürsten kein besseres resultat erlangen denn entweder läuft meine meinung der allgemeinen schnurstracks zuwider und dann ist sie so gut wie gar nicht ausgesprochen oder sie hält mit derjenigen der majorität parallele und dann rase ich mit den rasenden wie terence den mikion sich ausdrücken lässt und somit sehe ich nicht wohin ihr umweg führt sie sagen wenn man das vollkommene nicht erreichen kann muss man wenigstens das böse entkräften aber verstellung ist ihr unmöglich und nachsicht ein verbrechen wenn man den abscheulichen ratschlägen bei pflichten und dekreten seine zustimmung geben müsste die gefährlicher sind als die pest wer jenen schändlichen beschlüssen mit besserer überzeugung beifall zollte verdiente den namen eines spions und verräters es gibt daher kein mittel in diesen hohen sphären dem staat nützlich zu werden die luft welche man dort einatmet verdirbt die eigene tugend die umgebenden menschen werden weit davon sie als muster zu betrachten im gegenteil sie anstecken durch ihre berührung und den einfluss ihrer verderbtheit und erhalten sie wieder erwarten ihre seele rein und unbefleckt so werden sie der immoralität und den torheiten derselben als deckmittel dienen es bleibt ihnen also keine hoffnung durch ihren umweg und ihre indirekten mittel das böse in gutes zu verwandeln aus diesem grund rät der göttliche plato den weisen sich von der leitung öffentlicher angelegenheiten entfernt zu halten und er stützt seinen rat auf folgenden schönen vergleich wenn die vernünftigen während eines anhaltenden und starken regens die straßen und plätze von menschen gefüllt sehen rufen sie dieser törichten menge zu sie mögen nach hause gehen um sich unter dach und fach zu bringen und wenn ihre worte keine beachtung finden gehen sie nicht ebenfalls auf die straße hinaus um sich nass regnen zu lassen sie bleiben daheim und da sie die torheit anderer nicht heilen können begnügen sie sich damit wenigstens selbst vor dem unwetter geschützt zu sein jetzt teurer morus will ich ihnen mein innerstes öffnen und meine geheimsten gedanken mitteilen überall dort wo das eigentumsrecht herrscht wo man alles mit geld misst wird von billigkeit und gesellschaftlichen wohlbefinden nie die rede sein können sie müssten es denn billig finden dass sogar das schätzenswerteste sich in den häusern der unwürdigsten befindet und einen staat vollkommen glücklich nennen wo das öffentliche vermögen einer handvoll individuen zur beute wurde die im genuss unersättlich sind während die masse von elend verschlungen wird so kann ich wenn ich die utopischen einrichtungen mit denjenigen anderer länder vergleiche auf der einen seite nicht genug die wahrheit und menschlichkeit bewundern und dagegen auf der anderen die unvernunft und barbarei beklagen in utopia ist die zahl der gesetze gering die regierung verbreitet ihre wohltaten über alle klassen der bürger das verdienst empfängt dort seine belohnung und zugleich ist der nationale reichtum so gleich verteilt dass jeder dort alle annehmlichkeiten des lebens im überfluss genießt in anderen ländern gilt der grundsatz des mein und dein durch eine organisation festgestellt deren mechanismus ebenso verwickelt wie fehlerhaft ist wir finden tausende von gesetzen deren zahl gleichwohl noch zu beschränkt ist als dass jedes individuum einen besitz erlangen denselben sichern und von dem besitz eines anderen absondern könnte zum beweis betrachte man diese menge von prozessen die täglich entstehen und niemals endigen wenn ich mich diesen betrachtungen hingebe muss ich dem plato völliges recht widerfahren lassen und ich wundere mich nicht mehr dass er es verschmähte völkern welche die gütergemeinschaft von sich wiesen gesetze vorzuschreiben dieser große geist hatte klar vorhergesehen dass das einzige mittel öffentliches glück zu begründen in der anwendung des prinzips der gleichheit bestehe die gleichheit aber meine ich ist in einem staat in dem der besitz einzelrecht und unbeschränkt ist unmöglich denn jeder sucht sich dort mit hilfe verschiedener vorwände und rechte so viel anzueignen wie er kann und der national reichtum fällt endlich so groß wie er auch sein mag in den besitz weniger individuen die den übrigen nur mangel und elend lassen oft müßte selbst das los des reichen den armen zufallen gibt es nicht geizige unmoralische nichtsnutzige reiche bescheidene anspruchslose arme deren gewerbefleiß und tätigkeit dem staat nützt ohne ihnen selbst zur sonderlichen wohltat zu gereichen das ist es was mich in unüberwindlicher weise davon überzeugt dass das einzige mittel die güter mit gleichheit und billigkeit zu verteilen und das glück des menschlichen geschlechts zu begründen in der aufhebung des eigentumsrechts bestehe solange das letztere das fundament des gesellschaftlichen gebäudes bildet werden der zahlreichsten und schätzenswertesten klasse nur mangel kummer und verzweiflung zuteil werden ich weiß dass es mittel gibt die das übel mildern können aber um es gänzlich zu heben sind sie zu schwach zum beispiel ein maximum des individuellen eigentums an ländereien und geldaufstellen sich durch kräftige gesetze gegen despotismus und anarchie sichern die ehrsucht und intrige brandmarken und züchtigen obrigkeitliche ämter nicht verkaufen das offizielle gepränge in den höchsten stellen abschaffen damit der beamte um seinem rang zu entsprechen sich nicht betrug und erpressungen erlaubt oder damit man nicht genötigt ist den reichesten die stellen zu geben die man den fähigsten geben sollte diese mittel ich wiederhole es eignen sich ganz vortrefflich dazu den schmerz einzuschläfern und die wunden des gesellschaftlichen körpers zu schließen aber hoffen sie nicht ihm seine kraft und gesundheit wiederzugeben solange jeder das seinige einzeln und ausschließlich besitzt sie werden ein einziges geschwür wegbeizen und alle übrigen entflammen sie werden einen kranken heilen und einen durchaus gesunden töten denn was sie der habe eines individuums hinzufügen nehmen sie derjenigen eines anderen darauf antwortete ich Raphael weit entfernt davon ihre überzeugung zu teilen bin ich im gegenteil der meinung dass ein land wo man die gütergemeinschaft einführen würde das unglücklichste aller länder sein müsste in der tat müsste es nicht dort an den nötigsten bedürfnissen fehlen jeder wird die arbeit fliehen und sich seine existenzsorgen auf kosten der tätigkeit seines nächsten entschlagen und gesetzt selbst dass das elend die trägen anspornte da das gesetz dort nur für und wider niemanden den besitz als ausschließlich anerkennt so würde des murrens und der unzufriedenheit kein ende sein und morde über morde würden ihre republik mit blut besudeln welche schranken wollten sie der anarchie entgegensetzen ihre obrigkeiten haben nur dem namen nach eine autorität dessen was furcht und achtung gebietet sind sie entkleidet ja mir scheint überhaupt bei einem solchen volk von gleiche teilern das jede art von superiorität von sich weist eine regierung unmöglich diese ihre ansichten befremden mich nicht erwiderte raphael sie machen sich von einer ähnlichen republik entweder gar keine oder doch nur eine unrichtige vorstellung wären sie in utopia gewesen hätten sie das schauspiel der einrichtungen und sitten dieses landes gesehen wie ich der ich dort fünf jahre meines lebens zubrachte und es zu verlassen mich nur entschließen konnte um den blick der alten welt auf diese neue zu richten sie würden gestehen dass es nirgendwo anders eine vollkommene organisierte gesellschaft gebe peter gies antwortete indem er sich an rafael wandte sie werden mir nie einreden dass es in jener neuen welt völker mit besseren konstitutionen gebe als in der unsrigen bei uns erzeugt die natur geister von nicht schwächere art wir haben ferner eine ältere zivilisation und eine menge von erfindungen die eine lange zeit sowohl für die bedürfnisse als auch für die annehmlichkeiten des lebens hat hervorblühen lassen nicht um zu erwähnen der durch den zufall gemachten erfindungen auf welche selbst das scharfsinnigste genie nicht verfallen wäre die frage nach dem alter versetzte rafael würden sie besser untersuchen können wenn sie die chroniken jener neuen welt gelesen hätten diesen chroniken zufolge gab es dort bereits städte bevor es hier menschen gab was aber die erfindungen betrifft die man dem genie oder zufall verdankt so können sie auf allen kontinenten in gleicher weise gemacht werden ich gebe zu dass wir in den wissenschaften vor jenen völkern den vorrang haben in rücksicht auf gewerbefleiß und industrie lassen sie uns dagegen weit zurück ich will ihnen einen beweis davon geben aus ihren analen geht hervor dass sie vor unserer ankunft nie von unserer welt hatten reden hören nur dass vor ungefähr zwölfhundert jahren ein vom sturm verschlagenes schiff in der nähe der insel utopia scheiterte die wellen warfen ägypter und römer ans ufer welche die insel nie wieder verlassen wollten die utopia zogen aus diesem zufall unermesslichen nutzen von den schiffbrüchigen erlernten sie alles was diese von den im römischen reiche verbreiteten wissenschaften und künsten verstanden diese ersten keime entwickelten sich allmählich und das wenige was die utopia erlernt hatten ließ sie das übrige finden so teilte ein einziger berührungspunkt mit der alten welt ihnen die industrie und den geist derselben mit möglich dass schon vor jenen schiffbrüchigen das gleiche schicksal einige der unsrigen nach utopia geführt hatte aber die erinnerung daran ist gänzlich verwischt vielleicht wird auch mein aufenthalt auf der insel in künftigen jahrhunderten vergessen werden obgleich jener aufenthalt für die bewohner von unschätzbarem vorteil war da er ihnen das mittel wurde sich die schönsten erfindungen europas anzueignen aber wir wie viele jahrhunderte werden wir noch nötig haben bis wir das vortrefflichste in ihren einrichtungen von ihnen entlehnen könnten was ihn betreff des materiellen und sozialen wohlbefindens weit über uns stellt obgleich wir ihnen an kenntnissen und reichtum gleich kommen ist jene geistige tätigkeit die sie unaufhörlich der erforschung vervollkommenung und anwendung nützlicher dinge zu wenden nun gut sagte ich zu raffael geben sie uns die beschreibung dieser bewundernswerten insel übergehen sie ich bitte sie darum kein einziges detail schildern sie uns die felder die flüsse die städte die menschen die sitten die einrichtungen die gesetze kurz alles wovon sie glauben dass wir es zu erfahren wünschen und glauben sie mir dieser wunsch umfasst alles was wir nicht wissen sehr gern versetzte raffael diese dinge sind meinem gedächtnis stets gegenwärtig aber die erzählung derselben wird viel zeit in anspruch nehmen in diesem fall sagte ich gehen wir vorher zu tisch später wird es uns an der nötigen zeit nicht fehlen ich bin damit einverstanden meinte raffael wir traten jetzt ins haus um zu speisen und später kehrten wir in den garten zurück und ließen uns auf die nämliche bank nieder ich befahl der dienerschaft sorgfältig jeden unwillkommenen fernzuhalten darauf verband ich meine bitten mit denjenigen peters dass raffael und sein versprechen erfüllen möchte als dieser uns so wissbegierig und erwartungsvoll sah sammelte er sich in einigen augenblicken des schweigens und nachsinnens und begann dann in folgender weise aufbinden du hast es immer noch in Vielen Dank.